Was sucht nicht jemand Dämonen-Hörner? Und da konnte ich doch auch was basteln. Fällt mir grad einen Moment. Gucken wir gleich mal. Bären. Topaz. Ne, das andere brauche ich nicht. So. Achso, ich wollte ja gucken wegen basteln. Ne. Ah, hier Dämon-Hörner. Ach, 40. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt warte mal. Oh, Stahl ist aber viel wert. Stein weg damit, Holz weg damit, Kohle weg damit. So, gerade Zahlen brauchen wir. Oh, da habe ich aber viel. Hupala. Mhm, mhm, mhm. Dum, 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 dum. Gut. So, können wir da schon wieder was Neues? Ne, kaufen. Geht das? 5, 7, 5, 6. Okay. 5, 7, 5, 6. Ah, ist ja nicht mehr so viel. So. Oh Gott. Zack, zack, zack. Ich habe eigentlich bloß eine Runde da, bis sie drehen. Und ein bisschen was verkaufen, dann haut sich das schon. Zack, zack, zack. Lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lüp. Okay. zack bin erschöpft was das gelange den ich mir als zweites oder dritts geholt hat und dann einfach auf das brot das habe ich aber erst jetzt gelesen ok angela habe ich nie gemacht deswegen konnte ich das nicht aber macht sie die kann man fangen wenn man ein glas hat die glühe umgen Dann. ist jetzt aber auch nur geld sammeln was wir machen alles zugewachsen das klasse ich möchte ihn aktivieren geht das etwa nur von unten oder gar nicht vielleicht blitz wie man ja ja das kann man ja gleich sagen dass sie noch einfacher ist ich sollte essen okay gut so jetzt verkaufen halt stopp steinkohle holz und holz lohnt sich jetzt gar nicht aber wir haben kohle dann machen wir das hier was ist denn da schon wieder wo kommt ihr her wo kommt ihr her das möchte ich aber nicht doch jetzt weiß ich da müssen wir an die ränder schauen dann kriegen wir nämlich die reihenfolge verdient blöden ding da steht so 11 5 4 3 6 so achtung zurück vom hunde lauf willkommen zurück so da oben mal 11 5 4 so jetzt haben wir auch die anderen zahlen an und da oben können wir das auch lösen 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 so wusste da 618 618 618 618 also halt da ist ein ding und immer durch auch jetzt habe ich die blöcke abgebaut da das war besser so hier war aber nichts glaube ich die energie ist niedrig jetzt nicht mehr so ähm Tresor Skill ja ja so oben noch oh ja da gibt es auch noch das ist wieder ein Schmarrn genommen aus Versehen so wo war das nächste war das nicht hier oben und das andere müsste doch dann in der Wüschte sein in der Wüschte hier war es glaube ich nicht ne ne gut hier war es oh den können wir oh da brachte nur zwei juhu danke sehr naja schön jetzt werden sich alle erschrecken hier nimm diesen alten Schatz als Belohnung für deine Mühe danke keine Sorge ich bin es nur du hattest bestimmt Angst ja ich glaube ich kann auch gruseliger sein aber dazu benötige ich ein seltenes Item keine Ahnung was das darstellen soll ah hier haben wir es doch das Platz machen 10, 9, 12 10, 9, 12 so sind wir noch in die Wüste da haben wir dann diese Rechte blop blop das gleich war nicht hier oben sondern eher weiter unten hmmm oh Gott oh Gott oder was ist noch weiter unten schieb ich dazwischen gelaufen schieb ich dazwischen gelaufen oh komm mir auf Emo Mia fragt ob du die Rüben umgehauen hast oder ob du die hast stehen lassen habe 5000 Items in deinem Inventar oh what the fuck 3, 7, 2 3, 7, 2 gut dann wollen wir ja jetzt den Johnny da da drinnen weg servus äh sagt er äh so dann Brücke plapp so jetzt hat es also eins das ist sogar schon gedrückt eins wo ist die zweite zwei drei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn öf zwölf super drüben nördbrille toll ep erhalt um 20 erhöht naja will man nicht meckern ach aber das mit die kann ich mir das Moment kann ich das nicht wieder austauschen doch ah ne das kann ich gar nicht mehr anziehen oder was Artefakte Rucksack können wir achso doch oder jetzt hab ich's doch an ne äh kann ich nicht irgendwie oder ich bin zu blöd ja anscheinend so ein scheiß oh da ist kaka schön weh 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 die monenzähne das ist gut so mal schauen ob ich wieder was verkaufen kann wahrscheinlich schon ausgerechnet nice Moment jetzt muss ich das hier wieder sauber machen wie schön dass er ins Haustall ist kann ich mir noch Münzen holen holz kohle steine stein ja aber ich könnte trotzdem mal achso kohle hab ich ja gerade verkauft ach holz auch ne das haben wir nicht wieder kann ich mir noch mal was dazu kaufen nämlich oh ne wo kommt äh dafür hab ich aber jetzt noch keine lösung für dieses ding so da hab ich noch keine lösung gesehen so so ach ja skill 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 juwelen ballistenfrei bögen verschießen dreifachpfeile bohren automatisierung technik ich wollte 25% schneller schalte trüden fräscher im pinker raten frei ich habe noch mal mal juwelen kann ich teuer verkaufen mam sieh und mh 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 Pam Blub 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 Woomsti boomsti Pam Jetzt wirst du denken Jetzt ist der nicht mehr mit der Spitzhacke da Der Depp jetzt kommt er schon mit dem Flammenwerfer Was ist mit dem? Der Mann lässt sich gut formen Schön Geld verdienen Recht zügisch Uppala Hä? Ah Mh 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 Oh voll Voll daneben Ich bin erschöpft von was denn? Mh 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 Oppala was muss man machen was ach so ja was habe ich ehrlich gesagt wieder vergessen das stimmt könnte ich auch mal machen das hau nicht hin so dass man kugel lobby verkaufen können nein stopp moment ich mache jetzt erst mal so stein gold erzt da hat die glitzer die können noch verticken dann ja auch noch knochen bis haben wir der doppelknochen wert 0 wieso wert nur ich dir verkaufen so was haben wir denn noch kaktus frucht die tue ich mir mal da hier wollte ich schon wegen den kristall was die wert sind auch ein stück habe ich nicht irgendwie das da zum beispiel das da und das moment das steckt ja noch das macht natürlich sind dass ich mich dann selbst noch kümmern muss ich dann noch das grüne glas und sand habe ich hier auch nicht mehr mehl mit dem mehl muss ich mal was machen flack das immer bei mir rum so gut was haben wir denn noch und 37 Eww... Pam... Eww... Eww... Bloop, bloop, bloop... Komm, stuh, hier! Pam, pam, pam... So, Brüggebauern... So... Was ist das hier? Ah... Wohl anmachen... So, auch noch eine bauen... So... Da ist sie... Ja, muss ich auch noch... Oh, was ist das? Heiliges Relikt fügt nur an Skeletten und Dämonen Schaden zu... Das ist schön... Achso, das bleibt jetzt auch so... Oh, cool... Dann finde ich das geil... Ja... Schau mal... Das facert den weg... Ach, du ass ich... Jetzt schieß doch nicht daran gegen das Schild, du... Voll trocken... So... zu drü 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 drü... Drü 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 drü... 승 borxsac... Takki zacki... realizing... Er schöpft e metic jaar... Warum denn ? Er schöpft e Debrarum. Das macht Bucke. Kommt mal wenigstens voran. Das war aber falsch, das will ich ja gar nicht. Nee, das war aber nicht man. Na. Heute die Mondscene brauche ich. Das war's. Los, Senior. Schlong, schlong, schlong. Kacke. Was macht jetzt das Holz da? Oh, hab ich da was vergessen? Kommt auch vor, Gehl. So. Was wollte ich denn, wollte ich was bauen oder was wollte ich tun? Ich glaube, kaufen ist momentan zu teuer. Ja, 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 ja. Oh, hier. Oh. Da gehen wir mal hin. Oh, jetzt. Aber mit dem Raketen. Da gehen wir mal hin. Da gehen wir mal hin. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Und es ist toll, dass es dann auch noch nachbrennt. Das ist super. Dann kann es abwarten, bis es kaputt geht. Was war da unten, ne? Das bin ich falsch. Moment, stehen wir auf hin. Da fliegen die EP. Oh, ein Dämon. Hupala. So, ähm. Ich wollte hier noch eine Brücke bauen. Brücke. Hier eine. Hier eine. Puppem, Puppem. So, was will jetzt das Auge? Bestimmt Energie. Nein. Aha. Oh, wie das so ein Upgrade-Ding. Ich habe die noch nicht, da ich irgendwie kein Gold bekomme. Ah, das ist ja schon ewig her. Was? All. Fast alles. Vieles. Hm? Ja. Halt. Das Zeug. So. Stufenaufstieg. Das Zeug. Das Zeug. Das Zeug. Jetzt kann ich dir jetzt nicht alles aufzählen. Ich weiß es auch gar nicht auswendig. Nein. Nein, du muss ich jetzt recht weit laufen. Es ist nur noch viel Reiter. Reiter. Ja. Ja, aber da muss ich doch zu meiner Werkbank. Das ist doch irgendwie. Echt? Moment. arithmetic. Oder ja. Oder ja. Oder ja. Oder ja. Bam. Alleeorth. Ach bauern. Ach bauern. Also hier. jetzt haben wir schon wieder verdrückt gibt es gar nicht bei industrie kann ich oben schmiede nähstation blumenpresse und kraftwerk bei farmen alles bis auf das dritte feuerschale windmühle sprinkler kochtopf steinbruch bei wirtschaft tresor markt und bank und bei magie schreibtisch ja was soll ich habe mir 16 gold und pups gelenk blu blur blu 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 b fit Adam Dom Er kommt noch nicht durch. So, dann nehmen wir wieder unsere Waffe für daheim, sonst machen wir unsere Gerätschaft kaputt, obwohl ich auch so anscheinend nach oben und die wird los. Das sieht man ja schon länger nix mitmacht hier, schaut's schon wieder aus. Die Hühner pupsen, wenn sie Häufchen machen. Ah, drum, denkt man da und ich sag die ganze Zeit, wer furzt denn da? Ich hab gedacht, ne, vielleicht ist es gar kein Furzgeräusch. Lustig. So. Okay. So, kann man das verticken? Steinkohle, Holz. Kann man schon bloß neues kaufen gehen. Land. Habe ich noch? Ne, ohne. Der ohne? Der ohne? Ne. Da. Ah. Oh. Ah, teuer. Da können wir noch. Und da. Oh, ein Dungeon. Ein Dungeon. Das ist der Raketwerfer. Oh, Platz habe ich in den Däsch. Ähm. Jetzt hab ich wieder klein geschaltet, als ist denn da immer? Oh. ist es hier ja dann brauche ich hier entwickeln aber gehe ich jetzt noch mal kurz eine rauchen bevor ich in den dinge in den dinge kein holz werden fix wenn ich noch ein bisschen holz hier ding macht nacht nacht pups muss jetzt auch schon wieder bauen formen brücke zack so